Was ist das Saatgut-Paket? Bei der Saatgut-Verordnung sieht man, dass die Konzerne ihre Interessen hier verfolgen. Es geht im Wesentlichen darum, dass patentiertes Saatgut, auch verändertes Saatgut, den Markt beherrscht und von Leuten, die selber Saatgut produzieren, Bauern, kleinen Genossenschaften, Saatgut bewahren, wie zum Beispiel die Archänoa in Österreich, dass diese Einrichtungen mit ihrem Saatgut nicht in den Handel dürfen. Darum geht es. Es geht also schlicht und einfach vom Wettbewerb. Und da wird am Schluss sozusagen eine Verarmung der Artenvielfalt die Konsequenz sein. Und vor dieser Verarmung der Artenvielfalt warnen wir ja. Nun wissen die Agrarierpolitiker ganz genau, dass das da eintreten wird, haben nicht dem Mumm jetzt vor der Wahl zu sagen, dass sie das vorhaben, sondern haben das einmal alles hinter die Wahl geschoben und jetzt aber noch einen Beschluss gefasst, der wirklich verdächtig ist. Wozu muss man jetzt die Kommission auffordern, einen Beschluss, eine entsprechende Regelung in der nächsten Legislaturperiode vorzulegen? Trennen wir das nochmal. Die Verordnung an sich wurde im Ausschuss erst einmal abgelehnt und wird wahrscheinlich auch im Plenum abgelehnt. Aber diese Entschließung, die es daneben bei gab, ganz unbeachtet, wo es ja drin heißt, an einem Punkt, dass die Sortenschutzgesetzgebung intensiviert werden soll, zu begrüßen sei. Das ist ja der Widerspruch. Wenn ich jetzt auf der einen Seite angeblich dieses ganze Saatgutverordnung der Kommission ablehne, dann brauche ich auch keinen Initiativantrag beschließen, dass sie so etwas vorlegen soll. Das ist ja absurd. Das guckt mir so vor, wie wenn ich ein Menü am Tisch ablehne, aber gleichzeitig dem Wirt sagt, bitte legen Sie mir das am Nebentisch wieder vor. Also das ist ja wirklich... Ergeben Sie es mir nicht vor der Wahl, aber nach der Wahl. Nach der Wahl am Nebentisch aber bitte. Weil jetzt kann ich es noch nicht essen. Jetzt schaut man mir zu. Also das ist wirklich verräterisch. Und daher sieht man auch, wie dumm man die Leute verkaufen möchte. Dass man, und das ist typisch, also das ist kein Einzelfall in der Europäischen Union, dass man die Leute wirklich an der Nase herumführt. Dass man nur sagt, jetzt vor der Wahl kann man es uns nicht leisten, das zu tun, was die Saatgutkonzerne wollen. Aber wir haben jetzt einmal beschlossen, dass wir das nach der Wahl tun wollen. Oder tun sollen. Das ist also eine unglaubliche Irreführung der Bevölkerung, insbesondere jener, die davon betroffen sind. Und das ist eine wirkliche Verhöhnung der Bürger draußen. Und das muss man auch im Wahlkampf, glaube ich, deutlich sagen, damit auch die Leute hier sehen, dass es auch hier notwendig ist, Widerstand zu leisten. Verfahrensrechtlich ist noch ein zweiter Punkt interessant. Wenn die Saatgutverordnung vom Parlament abgelehnt wird, heißt das ja nicht, dass sie vom Tisch ist. Denn der Rat der EU hat dazu einen Standpunkt, wo ja auch die Landwirtschaftsminister alle drin sitzen. Und wenn die dann nach den Wahlen sagen, wir wollen aber daran festhalten, dann wird es für das Parlament ja wahrscheinlich nicht so leicht, das in einer Trilog-Kompromissverhandlung wieder abzulegen. Nicht nur das, sondern insbesondere da nicht, wenn man so widersprüchliche Beschlüsse fasst. Mit welcher Begründung soll das Parlament, insbesondere das nächste Parlament, so eine Saatgutverordnung, die noch einmal gegen die Sortenvielfalt gerichtet ist, ablehnen, wenn man jetzt sagt, dass die Kommission so etwas vorlegen soll. Dass man aber derzeit sich nicht zu beschließen getraut. Also das ist, ich sage es noch einmal, das ist ein exemplarischer Fall, wo man sieht, für wie blöd man die Leute verkauft. Und ich kann nur jedem sagen, am 25. Mai bei der EU-Wahl, sich zu wehren. Ja, ich kann nur jedem Bürger sagen, wehrt euch, wehrt euch mit uns. Das ist auch der Grund, warum ich noch einmal antrete. Wehrt euch, lasst euch das bitte nicht bieten. Gebt ihnen eine Quittung. Und zwar auch jenen, die hier mitspielen. Und das sind insbesondere die Vertreter der beiden Koalitionsparteien.